Gehts? Hey Ladies and Gentlemen! Heute in einer meint ich euch sagen 6 Punkte übergefahren. Mit 2-2-2 gestartet. Starts fallen mir ein bisschen schwierig. Wird vorher besser. Hatte 1-2 Minuten Starts. Hatte einfach starke Schwierigkeiten mit dem Setup. Es ist einfach alles ein bisschen anders. Nach 18 Monaten wieder Abstimmung, Material, was soll ich machen, wie sollen wir es machen. Aber langsam glaube ich wird es besser. Leider ein Lauf und Nuller gefahren. Im letzten Lauf ist mir ein kleines Teil einer Zündkerze oben die Kappe abgegangen. Das darf nicht passieren. Ich kann nur sagen, Entschuldigung liebe ACL Devils Fans. Hat nicht ganz so gut funktioniert. Ich muss mehr Punkte fahren. Ich muss runter drehen. Mir fehlen einfach 18 Monate Rennpraxis. Aber ich denke wir kommen hin. Mein Team hat ja ganz gut gearbeitet. Hat als neuen polnischen Mechaniker Eugen mit dabei gehabt. Und Darek. Wir sind ein ganz gutes Team gewesen. Wir haben gut zusammen gearbeitet. Auch Dimitri Bechet hat sich ganz gutes Team mit eingebaut. Das hat gut gepunktet. Leider ich auf Nummer 4 muss mehr Punkte fahren. Das kriegen wir aber hin. Wir werden hart arbeiten. An dieser Stelle. Ich hoffe ihr kommt alle Zuschauer wieder bei der TV hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Euer Martin. Bis zum nächsten Mal.